Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Es wird eine kleine Serie geben. Aktuell bin ich der Meinung, dass ich drei Teile draus mache. Wie ich es wirklich am Ende zusammenschneide, seht ihr ja dann. Und zwar möchte ich euch meine Funko Pops zeigen. Wie ihr hinter mir sehen könnt, habe ich mein Bücherregal umgeräumt und habe deshalb hier diese Bretter freigerassen für Funkos und dachte, ich lasse die erstmal draußen. Dann kann ich euch nämlich dieses Video drehen, ohne sie einzuräumen und sie dann wieder ausräumen zu müssen. Genau, anfangen würde ich mit meinen Harry Potter Funkos. Dann habe ich vor, ein Disney-Marvel-Funko-Video zu machen und dann leider den Rest, der quasi so, ja, das sind Einzelstücke oder halt Serien oder also halt Reihen an Funko Pops, die quasi nirgendwo so richtig dazugehören. Und dann dachte ich, das wäre so die einfachste Möglichkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem ersten Teil und ich denke, wir starten gleich durch mit Harry Potter. Ja, so richtig überlegt, wie ich euch die zeigen möchte, habe ich mir nicht. Ich habe versucht, sie in Gruppen zusammenzuschließen. Ich denke, wir fangen mit der ersten Gruppe direkt an und zwar sind das Ron, Hermine und Harry mit den Allraunen aus dem zweiten Teil. Okay, so sehen die aus. Ich denke, ihr kennt die ja alle. Die haben alle diese Ohrenschützer auf und was ich ganz süß finde, ist, dass die alle unterschiedliche Farben haben. Genau. Und alle haben sie eine Allraunen in der Hand. So, dann habe ich als nächstes ein relativ neues Trio für euch und zwar sind das meine Funko Patronus Pops. Und zwar haben wir einmal Hermines Otter, Rons Hund und natürlich der Hirsch von Harry. Die finde ich total schön. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass zum Beispiel der Hirsch eher so glatt gestaltet ist, wohingegen der Hund eher matt ist und auch der Otter ist eher so matt. Genau. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, die würden nachts leuchten, tun sie aber leider nicht. Das wäre noch so ein richtig cooles Gimmick. Aber ich habe einen der Nachtsleuchte. Das ist die Sonderedition von dem fast kopflosen Nick. Und der leuchtet nachts sogar. Und ja, den Kopf kann man so ein ganz kleines bisschen bewegen. Der wackelt so ganz leicht. Also, weil er ja nur noch so halb dran hängt. Dann habe ich hier ein Trio. Da muss ich echt immer aufpassen, das ist auch so mein Heiligtum. Und zwar sind das einmal Hermine und Ron auf den Quidditch-Besen beim Quidditch-Spielen. Die haben hier dann auch so den passenden Standfuß dazu. Kann man das erkennen? Ja, genau. Da sitzen die dann hier so drauf. Und dann habe ich mir im Internet, oh, der war sehr teuer, aber er ist wirklich mein absolutes Highlight in meinem Regal, den passenden Harry dazu bestellt. Das ist eine Sonderedition von irgendeiner Summer Convention. Ich glaube, 2017. Wenn man den mittlerweile sucht, dann ist der sehr, sehr teuer. Also, ich habe Glück gehabt und habe den quasi in so einem Bundle auf Ebay Kleinanzeigen abkaufen können. Falls ihr nach selteneren Funkos sucht, kann ich euch Ebay-Kleinanzeigen nur empfehlen. Oder es gibt auch Facebook-Gruppen. Und da kann man manchmal Schnäppchen schlagen beziehungsweise hat man überhaupt halt das Glück, da die Funkos überhaupt zu finden. Und er war halt, wie gesagt, so ein Glücksskript. Der eigentliche Harry hat quasi diesen Besen so... Meine Lesezeichen. Der eigentliche Harry hat quasi diesen Besen nur so neben sich in der Hand. Und das ist halt eben diese Sonderedition dazu. Und was ich ganz toll finde, hat hier sogar den kleinen goldenen Schnatz in der Hand. Dann habe ich noch... Also, die anderen sind alle so einzeln. Die zeige ich euch gleich noch. Das einzigste Pärchen, das ich noch habe, das zusammenpasst, ist aus, naja gut, Fantastischen Tierwesen. Aber ich finde, das gehört halt trotzdem hier dazu. Und zwar ist das einmal Newt Scamander mit dem Buch zu den Fantastischen Tierwesen und einen kleinen Nippler. Den musste ich einfach haben. Ich finde den in den Filmen so, so süß. Und den habe ich von meinem Freund einmal zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt gekriegt. Also, den liebe ich einfach sehr. Ich finde den irgendwie halb süß. Ah ja, dann habe ich noch was, was auch noch so ein bisschen zusammenpasst. Und zwar ist es einmal Elvis Dumbledore. Den anderen Dumbledore, den es noch gibt, der hat da, glaube ich, so ein rotes Kostüm oder halt so ein rotes Gewand. An den fand ich immer nicht so schön. Ich weiß nicht. Ich finde den Liedern dann irgendwie schöner. Und dann habe ich noch Forks, seinen Phönix. Genau, die passen ja irgendwie auch noch zusammen. Dann habe ich hier, so weiter geht's mit Jeannie. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht weiß, welcher der beiden Weasley-Brüder das ist, ob das Fred oder George ist. Und ich komme leider in den Karton nicht ran, um das genau nachzugucken. Ich glaube, es ist Fred. Ich gucke nach und blende es euch hier irgendwie ein, weil ich kann die auch in den Filmen, wenn die nicht... Also, ich tue mich so schwer, die auseinanderzuhalten. Die gleichen halt wie ein Ei dem anderen. Dann habe ich hier noch aus der Weasley-Family Ron mit seinem kaputten Zauberstab. Und dann haben wir hier noch tierisch unterwegs Sirius Black. Na. So, jetzt kann man ihn sehen. Dann haben wir noch halbtierische Hermine als Katze. Dann habe ich hier noch Luna Love Good. Habt ihr auch manchmal Probleme, dass die auf dem Standfuß nicht so richtig stehen bleiben? Ich habe bei manchen sogar schon überlegt, ob ich die nicht festklebe. Also, sie hier rutscht nur so ein bisschen, aber ich habe auch tatsächlich Funkos, die ich wirklich irgendwo anlehnen muss, damit die nicht komplett umfallen. Genau. Und dann habe ich noch eine Luna, und zwar diese hier. Auf die habe ich, also die habe ich auch eine Weile lang in den Läden gesucht, und dann stand sie eines Tages bei uns im GameStop. Da kaufe ich halt immer meine Funkos, wenn ich sie im Laden kaufe, weil unserer da eine recht große Auswahl hat. Und, ja, die haben ja oft auch so Aktionen 3 für 2. Wenn du 5 kaufst, kriegst du dann so Sticker und den 6. geschenkt. Oder dann 2 für 20 oder so. Also, die haben ja mal relativ coole Aktionen, und da gucke ich dann halt immer so durch, was sie gerade da haben, und was mir gerade so gefällt, kaufe ich dann quasi. Und alles, was ich irgendwie explizit suche, suche ich natürlich so auf den üblichen Plattformen wie EMP oder GameStop. Und was ich dann halt nicht finde, suche ich quasi auf Ebay Kleinanzeigen, Ebay, oder auf Facebook. Hier haben wir noch einen Totesser. Der sieht ziemlich gruselig aus. Den wollte ich unbedingt mal haben. Mittlerweile finde ich den aber auch nicht mehr so cool. Dann habe ich noch Made i Moody. Ich hoffe, jetzt wird er scharf gestellt. Gerade hat das aber nicht so funktioniert. Ich glaube, irgendwie mag meine Kamera gerade nicht mehr. Genau. Den finde ich irgendwie halt einfach witzig als Charakter, und deswegen wollte ich den gerne haben. Dann habe ich hier noch drei kleine. Einer war mal ein Schlüsselanhänger. Dem habe ich einfach den Ring oben abgedreht. Ein kleiner Harry. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Wunschtüten oder Wundertüten oder wie sagt man denn da? Also man kann quasi diese Schlüsselanhänger kaufen, die sind aber in so einer schwarzen Folie und man muss dann quasi tasten oder halt einfach kaufen. Genau. Und da habe ich halt einen Harry gezogen. Ich hatte auch mal einen Lord Voldemort, aber der ist leider hier runtergefallen und war dann Genau. Und dann habe ich noch aus einem kleinen Gewinnspiel ein Funke und zwar ist das auch ein Harry. Der ist allerdings ich glaube aus diesem Adventskalender und dann habe ich hier noch Neville und dann habe ich noch die Hermine im Ballkleid. Die finde ich auch sehr süß. Vor allen Dingen finde ich es ganz toll, dass die quasi hier hinten diese Blumen eingearbeitet hat und ich finde das Kleid halt auch, also das ist echt wie aus dem Film. Ich weiß nicht, das finde ich richtig gut nachgestaltet. Und dann habe ich noch relativ neue hier. Es ist auch so eine Sonderedition aus so einer da muss man in einem Funko Pop Club drin sein und wenn man quasi beim GameStop eine Mitgliedskarte hat, dann hat man das automatisch. Und zwar ist das einmal hier Harry und zwar hat er hier einmal quasi seinen Zauberstab in der Hand und einmal den von Albus Dumbledore. Ich hoffe, so glaube ich kann man es ganz gut sehen. Genau. Den fand ich irgendwie so cool und der musste auch mit. Weil, also das Coole finde ich halt auch, dass es mal quasi nicht Harry in der Uniform ist, sondern eben in normaler Klamotte und natürlich die Zauberstäbe. So und was darf in der Harry Potter Sondung irgendwie auch nicht fehlen? Der Bösewicht. Wie gesagt, mein Lord Voldemort war ja aber ich habe einen Tom Riddle. Genau. Und ich wollte mir eventuell noch Lord Voldemort mit Nagiri zulegen. Nagiri, habe ich das richtig gesagt? Ich glaube schon. Also die wollte ich mir noch zulegen. Allerdings habe ich die irgendwie auch im Laden noch nicht gefunden. Und, naja, so wichtig war es jetzt nicht, dass ich danach gesucht habe. Das ist immer so, also die im Laden kaufe ich dann oft so, ah, den gibt es hier gut. Und, genau, Tom Riddle habe ich auch. Genau. Und das waren meine Harry Potter Funkos und zwar, ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, wie viele es sind. Also mein kleiner Bruder hat mal gezählt, allerdings mit den Funkos meines Freundes und da waren es über 100. ich glaube 102 oder so und es sind mittlerweile mindestens noch 3 eingezogen. Also, wir bewegen uns zwischen 100 und 110. Aber wie gesagt, mein Freund hat da ganz oben, das sieht man ja mal noch nicht, relativ viele Overwatch und, ja, hauptsächlich Overwatch Funkos. Das ist so ein Computerspiel und League of Legends und einen Footballer. Ihr merkt, da klingt nicht so aus. Genau. Ich hoffe, euch hat, hat meine Harry Potter Sammlung gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr denn auch Harry Potter Funkos habt und welche, ähm, welcher dann euer Liebster ist. Ich finde es total schwer, aber so der wertvollste für mich ist einfach der auf dem Besen, also der Harry Potter auf dem Besen, weil es den halt einfach nicht so oft gibt, aber ich mag auch die Patronus sehr gern und auch quasi die 3-Mitte-All-Raune, weil die halt einfach so gut zusammenpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald!